ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Eier! Ist ja auf gar ned! LOL! Uh, Absturben ist angesagt Leute WTF macht der? Sprengt er sich alle selber in die Luft? Wow, holy shit! Ja, das war gut abgestoppt, wenn ich mal behaupte, ne? Ah ah, lass mich erst regenerieren Da kommts runter Goll! Oh, shit! Das mach ich! Oh, Gott! Hilfe! Kleine Sicherheitsmaßnahme gegen Mitte Typen Das heißt, ich sprung mich mal hin hoch Rache ist süß Fuck! Ich bin zu spät Okay Nein! Nein! Oh Gott! Sneaktaste! Wieso? Ei! Okay Er hat den Spieler verstanden Nein! Nicht weg! Ich fliege ins Abenteuerland! Oh Gott, das war... Holy! Danke doch! Nein, er hat nicht... Oh mein Gott! Ich habe keinen bisschen gut bekommen! Es ist schwer! Es ist verstanden! Das ist kaputt! Go, go, go! Okay, er hat es falsch anbekommen Hat aber nichts gemacht, was ich so gehalten hat Ich gehe ihm gut jetzt Nein! Wenn wir mitneuern Oh mein Gott! Oh mein Gott! Danke. Er ist nicht runtergefallen. Ja, so funktionieren Physikspunk oft. Und so auch. Und so auch. Und so auch. Okay. Okay. LOL. Ja, das ist ein bisschen geschwert. Der hat definitiv ein bisschen geschwert. Kombo. Kombo. Nein. Als ich mit dem Kodex habe. No way. Oh my god. So kommt er jetzt zu gehen. Nein! Oh, schade. GG. Es waren nicht drei. Es waren nicht zwei. Aber es war auch nicht ein Himmels, sondern zähle jetzt, Junge. Ja, wahrscheinlich lohnt er das. Läuft. Jetzt soll das liegen. Was? Holy! No way. Loll, der Strom. Six and a half hours later. 3, 2, 1, GO! LOL! NEIN! Ah, schade! Habe ich einen drin? Jawohl, sehr schön! Komm! Jawohl! Sauber! Überraschung! Okay, ich kann Lava einmal, glaube ich. Lol, wer doch bisher gewählt? Holy shit! Holy! Okay, ich kann Lava einmal, glaube ich. Oh Gott! Wieder einer in der Mitte, da freue ich mich ja drauf. Der Typ hat uns nicht bemerkt, glaube ich. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh mein Gott. Knockback-Schwert! Boom! Oh, natürlich werde ich weggebombt. Ja, kein Ahnung, wer nimmt man die Typen. Wow! This is... Wow! 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 wirksamste mittel eine fishing rod ja genau lol er ist da und tatsäck wenn das keine krass hat lol nein 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 ja 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 das hast du verdient das hast du verdient mein freund das hast du verdient kleine angsttasse hallo 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 geilster abstopp hier schritt videotitel woher nur die maultasche die vorrangigen szenen wurden im gedenken an den hauptdarsteller schritt von und so youtube mit reingeschnitten da dieser kurz nach dem dreh an einem dachanfall starb möge er in frieden ruhen hallo 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 da unser werter hauptdarsteller schritt nun vollends verschwunden ist werde ich nun die abmoderation machen müssen obwohl es mal wieder überstunden bedeutet falls sie zu den glücklichen gehen sollten die sich gerade nicht im hinsatz befinden oder überstunden leisten müssen dann wäre es sehr freundlich von ihnen wenn sie sich die zeit nehmen würden diesen kanal zu abonnieren und sein like dazu lassen und dann hoffe ich sie beim nächsten mal wieder begrüßen zu dürfen